Ein Dua ist keine Bestellung bei Amazon Prime. Allah ist nicht der Knopf, den wir drücken können, wenn wir irgendein Problem im Leben haben. Das ist gar nicht seine Aufgabe. Aber wofür gibt es denn ein Dua? Sie ist aufgewachsen in einer gottesfürchtigen Familie. Und derjenige, der sie großgezogen hat, das war vielleicht damals der beste Mensch, der gelebt hat. Und sie hatte aufgrund dessen diese besondere Beziehung zu Allah. Und dieselbe Frau, die diese Beziehung zu Allah hat, die wird später in ihrem Leben in einer der härtesten Situationen überhaupt geworfen. Ich hatte eine Schwester angeschrieben, deren Vater an Krebs erkrankt war. Und sie hat mich angeschrieben, als quasi die nächste Untersuchung bevorstand. Und sie hatte Angst, ob man Metastasen findet. Manche ändern die ganze Leben und sie machen Dua und stehen vielleicht die ganze Nacht im Gebet. Und dann kommt der Schock. Allah sagt in Surat Al-Imran Und so nahm Allah sie gnädig an und ließ sie in schönster Weise in der Obhut von der Zakaria aufwachsen. Und jedes Mal, wenn Zakaria zu ihr in den Tempel eintrat, dann fand er Speise bei ihr. Und Maria, woher kommt das, sagt er? Sie sagte, es ist von Allah. Allah versorgt unbegrenzt, wen er will. Das ist ein Vers aus Surat Al-Imran, wo Allah die Geschichte von einer Frau erzählt, die nach einem Hadith eine von vier Frauen ist, die Vollkommenheit erreicht haben. Also Vollkommenheit nach menschlichen Maßstäben. Das ist Maryam. Maryam ist im Tempel aufgewachsen. Und eigentlich war der Tempeldienst nur für Männer vorgesehen. Es gab diese eine Ausnahme und die wurde tatsächlich nur von Maryam gemacht. Und so hat sich der Priester Zakaria um sie gekümmert. Und das berichtet Allah hier in diesem einen Vers in Surat Al-Imran. Wie Zakaria sich um Maryam kümmert und wie er sie quasi im Tempel besucht. Und jedes Mal, wenn er bei ihr ist, findet er auf wundersame Art und Weise bei ihr Speise etwas zu essen. Und das heißt sogar im Tafsir, es sind oft Früchte gewesen, die gar nicht zu der Jahreszeit passen. Also etwas, was man gar nicht erwarten würde. Und dann fragte er, woher kommt das? Und sie sagte, das ist von Allah. Maryam wurde im Tempel auf wundersamer Weise versorgt. Und jedes Mal, wenn Zakaria zu ihr reinkam, da hat er quasi schon das Essen bei ihr gefunden. Sie ist aufgewachsen in einer gottesfürchtigen Familie. Und derjenige, der sie großgezogen hat, das war vielleicht damals der beste Mensch, der gelebt hat. Ziemlich sicher, zumindest in seiner Gesellschaft. Und sie hatte aufgrund dessen diese besondere Beziehung zu Allah. Und wenn einer das wusste, dann war sie das. Ich meine, wenn sie im Tempel ist und sie wird auf diese wundersame Art und Weise versorgt, dann weißt du schon, Allah meint es gut mit dir. Das hat nur sie bekommen. Sie wusste also, dass sie einen besonderen Status hat bei Allah. Sie bekommt von Allah etwas, was niemand sonst bekommt. Und dieselbe Frau, die diese Beziehung zu Allah hat, die wird später in ihrem Leben in einer der härtesten Situationen überhaupt geworfen. Einer der härtesten Situationen, die man sich als Frau vorstellen kann. Ausgerechnet sie? Sie, die doch diese Beziehung zu Allah hat und das weiß? Wie kann das sein? Aber warum sage ich das überhaupt? Ich bekomme sehr oft Nachrichten von Geschwistern in schwierigen Situationen. Und das können alle möglichen schwierigen Situationen sein. Alles, was das menschliche Leben hergibt. Manchmal kann es einfach nur ein Job sein, den man lange sucht und nicht findet. Etwas, was halal ist, wo man sein Gebet verrichten kann. Wie lange sucht die Leute? Das Studium, das man bestehen möchte. Schwere Prüfungen, die ganze Zukunft hängt davon ab. Bei mir, als ich Elektrotechnik studiert habe, da hängt alles von einem Fach ab, nämlich Mathe. Wenn jemand durchgefallen ist, dann war es dieses Fach und man war vor den Prüfungen wirklich so. Die Leute machen sich Sorgen um Diskriminierung. Allen vor allem mit Hijab in der Schule, im Beruf. Man schreibt tausend Bewerbungen, man kriegt nur Absagen und man weiß auch schon, warum das der Fall ist. Gesundheit. Ich weiß auch vor einiger Zeit, als Corona umging, wie haben die Leute sich Sorgen gemacht, dass sie sich anstecken. Ganz besonders die Älteren. Wie viele Nachrichten bekomme ich alleine, weil Menschen sich Sorgen machen um ihre Angehörigen, die schwer erkrankt sind. Oder um die Kinder, die hier aufwachsen und die Religion verlassen. Das sind ganz normale Nachrichten. Und was tun dann die meisten Menschen? Nun, die Nicht-Muslime nehmen das einfach so hin. Das ist halt so. Das ist der Gang des Lebens. Aber der Muslim ist anders. Der Muslim wendet sich in schwierigen Situationen an den mächtigsten Verbündeten, den er hat. An Allah. Mich hat eine Schwester angeschrieben, deren Vater an Krebs erkrankt war. Und sie hat mich angeschrieben, als quasi die nächste Untersuchung bevorstand. Und sie hatte Angst, ob man Metastasen findet. Und ich habe mir das manchmal vorgestellt, wie sie die Nacht davor verbracht hat. In diesem Wissen. Morgen kommt es darauf an. Morgen erfahren wir, ob es nach Hoffnung gibt oder nicht. Manche ändern die ganze Leben dann. Die haben vorher vielleicht weit weg von Allah gelebt. Und dann kommen sie einmal in so eine schwierige Situation und plötzlich ist alles anders. Und sie möchten diese Zeit mit Allah verbringen. Und sie machen Dua und stehen vielleicht die ganze Nacht im Gebet. Und dann kommt der Schock. Die Haufte Rettung kommt nicht. Man geht zum Arzt und die Nachricht ist nicht positiv. Sorry. Die Prüfung ist vorbei. Der dritte Versuch. Mit dem Studium wird das nichts mehr. Kein Aufenthalt. Sachen packen. Nach Hause. Heiraten. Man plant es monatelang. Und irgendwas geht im letzten Moment schief. Obwohl man schon dachte, man ist so nah am Ziel. Und dann ist dieses Gefühl da, diese Enttäuschung. Das Gefühl, dass man selber Allah nicht genug ist. Ich meine, am Ende hat mich doch Allah abgelehnt oder nicht. Das ist wie bei einem Menschen, den ich um etwas bitte und er zeigt mir die kalte Schulter. Dieses Gefühl bekommt man dann gegenüber Allah. Beziehungsweise, dass Allah einen auf diese Art und Weise abgelehnt hat. Eine Schwester hat mir mal angeschrieben, die sagte, sie ist hier aufgewachsen. Und sie kannte es ihr ganzes Leben lang nicht anders, dass ein Dua von ihr erhöht wurde. So ist sie aufgewachsen. Und irgendwann nicht mehr. Irgendwann war das nicht mehr so. Und das Leben wurde schwerer und schwerer. Früher hat Allah meinen Dua erhört und jetzt nicht mehr. Bin ich so tief gesunken bei Allah. Das sind dann so die Gedanken, die man hat. Aber es hat am Ende nichts damit zu tun. Gar nichts. Und selbst wenn es so wäre, dass dein Status bei Allah niedriger ist, das würdest du nicht auf diese Art und Weise erfahren. Es hat aber nichts damit zu tun. Diese Rechnung funktioniert nicht. Und wir haben so viele Beispiele davon im Koran. Wir kennen das Beispiel des Propheten Nuh mit seinem Sohn. Sein Sohn hat seiner Botschaft nicht gefolgt. Er hat diesen Sohn großgezogen und der Sohn verlässt irgendwann die Religion. Kann man sich vorstellen, dass sein Vater Nuh nicht Dua für ihn gemacht hat? Ist nicht vorstellbar, oder? Aber trotz allem, was er gemacht hat, trotz seines Duas, trotz der Mühe, die er sich bei der Erziehung gegeben hat, trotzdem kam nicht das gewünschte Ergebnis heraus. Aber woran lag das jetzt? Mit Sicherheit nicht an der Beziehung von Nuh zu Allah. Seine Beziehung ist er nicht schlechter geworden. Und mit Sicherheit auch nicht daran, dass er nicht der geeignete Vater war. Wenn er nicht der geeignete Vater war, wäre er dann. Aber es ist trotzdem passiert. Ibrahim mit seinem Vater, wenn man liest, wie er ihn anspricht, ja, Herr Abati, oh, mein Vater, auf diese liebliche Art und Weise. Kann man sich vorstellen, er hat keinen Dua gemacht, dass Allah ihn recht leitet. Das hat er mit Sicherheit. Aber es ist nicht passiert. Allah hat diesen Dua von Ibrahim nicht erhört. Mohammed mit seinem Onkel Abu Talib. Wie traurig war er, als er gestorben ist, ohne den Islam angenommen zu haben. Und Allah offenbart ihm im Koran in der Kelle, Gott, die ihm in Ahmed, du leutest nicht recht, wen du willst, wen du liebst. Jakob und seinen Sohn Yusuf. Wie traurig war Jakob in seinem Herzen, als er gemerkt hat, was seine anderen Söhne mit Yusuf angestellt haben. Und einige Jahre später, da verlässt ihn sogar der Jüngste auch doch. Wie hat denn das das Herz gebrochen? Er hat so viel geweint, dass er blind geworden ist. Aber hatte Jakob jetzt nicht die richtige Beziehung mit Allah? Kann man sich vorstellen, er hat keinen Dua gemacht. Aber ein Dua funktioniert so nicht. Ein Dua ist keine Bestellung bei Amazon Prime. Wir verwechseln manchmal Dua mit Talib. Talib ist eine Bestellung, eine Bitte in dem Sinne, dass ich möchte, dass mir etwas erfüllt wird, dass etwas erledigt wird. Aber Dua ist nicht nur eine Bitte. Wir haben nicht diese Beziehung mit Allah, dass er derjenige ist, der quasi zu unseren Diensten steht. Wir lesen doch in Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, alles Lob und Dank gebühren Allah, dem Herrn der Welt. Wenn er der Herr der Welt ist, was ist mit uns? Wir sind am Ende seine Diener. Es ist nicht umgekehrt. Allah ist nicht unser Diener. Er steht nicht uns zu Diensten. Allah ist nicht der Knopf, den wir drücken können, wenn wir irgendein Problem im Leben haben. Das ist gar nicht seine Aufgabe. Aber wofür gibt es denn Dua, wenn Dua nicht einfach nur dafür da ist, um ein Problem zu lösen? Dua ist deine Beziehung zu Allah. Wir bekommen keine Offenbarung nur von Allah. Aber wenn du möchtest, dass Allah zu dir spricht, dann liest du den Koran. Und wenn du mit Allah reden möchtest, dann mach Dua. So heißt es in einem Hadith. Dua ist nicht einfach nur ein Bittgebet. Dua ist jedes Wort, mit dem man sich an Allah wendet. Dua ist auch, wenn man einfach nur sein Herz ausschüttet. Ibn al-Qayyim sagte einmal, was schön ist, er sagte, es kann sein, dass du Allah anflehst. Und er erfüllte deinen Wunsch deswegen nicht, weil er es liebt, deine Stimme zu hören. In welchen Momenten fällt uns denn wieder ein, dass es Dua gibt, dass es diese Möglichkeit gibt, um mit Allah zu reden? Irgendwann, als es dann, wenn es Schwierigkeiten gibt. Und meistens sogar leider als letzte Möglichkeit, wenn alles andere ausgeschöpft ist. Aber kommt uns nicht dann die Idee, dass wir uns an Allah wenden? Und kommt uns dann nicht darüber hinaus vielleicht die Idee, dass diese Schwierigkeiten deswegen zu uns gekommen sind, weil Allah möchte, dass wir uns an ihn wenden und weil er uns kennt und weil er weiß, dass es keine andere Möglichkeit gibt, außer diese Schwierigkeit, um diesen Menschen zu mir zurückzuholen. Menschen sind einfach so. Einer meiner besten Freunde erzählte mir mal, wie er den Islam angenommen hat und wie er die ersten Jahre weit weg vom Islam verbracht hat. Weit weg. Und dann hat er sich seinem Leben gewidmet, das Leben genossen. Die Firma lief gut, er hatte viel Geld, machte Urlaub. Lief alles großartig. Bis Allah ihm innerhalb von wenigen Wochen alles weggenommen hat. Alles weg. So. Und das war der Moment, wo er zu Allah zurückgekehrt ist. Und selbst heute sagt er noch oft, O Allah, lass mich nie wieder diese Zeit erleben. Er wäre sonst verloren gegangen. Aber so wie er heute lebt, ohne diesen ganzen Schnickstack und Luxus, so ist er viel zufriedener als damals. Allah hat ihn auf diese Art und Weise zurückgeholt. Und manchmal ist man die Weisheit erst viel später. Würde Allah jedes von unseren Bittgebeten akzeptieren, dann können wir sicher sein, unsere eigene Begierde hätte uns schon in den Ruin getrieben. Wir sehen eine Sache und möchten es gerne. Und da machen wir Dua und möchten es einfach gerne haben. Und es kann sein, dass diese Sache schlecht für uns ist, ohne dass wir das wissen. Aber wenn Allah jetzt in jeder Situation unser Bittgebet erhört und er liefert uns immer das, wonach wir einfach nur verlangen, wir würden unser eigenes Leben zerstören. Wir kennen die Hintergründe nicht. Das ist der Grund dafür. Wie hat sich wohl Yusuf gefühlt, als er von seinen Brüdern verraten wurde? Sie schmeißen ihn in einen Brunnen. Er liegt da unten, fast tot. Wird als Sklave verkauft. Muss sich Vorwürfe anhören lassen. Er hätte versucht, eine Frau zur Verfügung. Dann kommt er ins Gefängnis. Unschuldig. Wofür das Ganze? Wofür? Er ist noch ein Kind. Er hat nichts getan. Und jetzt stellen wir uns einmal vor, Yusuf hätte Dua gemacht irgendwann zwischendurch. Und Allah hätte diesen Dua erhört. Er hätte ihnen das Ganze erspart. Er wäre nicht in den Brunnen geworfen worden. Das Ganze hätte sich so nicht ereignet. Was ist denn später aus der Geschichte geworden? Weil Yusuf in diesen Brunnen geworfen wurde, wurde er als Sklave verkauft nach Ägypten. Wo er später einen Traum gedeutet hat für den Herrscher von Ägypten. Über sieben gute Jahre und siegen schwere. Und er wird der Minister von Ägypten. Und er rettet die ganze Region. Weil er durch den Traum, den er gedeutet hat, weiß, es gibt sieben gute Jahre und danach gibt es sieben Jahre der Hungersnot. Und wir müssen uns vorbereiten auf diese sieben Jahre der Hungersnot, indem wir in den sieben guten Jahren Darungsmittel speichern. Ägypten war das einzige Land, was das getan hat. Das alles musste sich in dieser Art und Weise, in dieser Reihenfolge ereignen, dass er irgendwann der Herrscher von Ägypten wird, beziehungsweise der Minister. Dass er verantwortlich dafür wird, um für die schlechten Zeiten vorzusorgen. Und er hat am Ende nicht nur Ägypten gerettet, sondern auch seine eigene Familie, die von zu Hause gekommen ist nach Ägypten und von den Vorräten der Ägypter profitiert hat. Es musste so kommen. Hätte er zwischendurch Dua gemacht und Allah hätte einfach gesagt, okay, das mit dem Brunnen als Sklave verkauft werden, ist eine unangenehme Situation. Retten wir einfach Yusuf. Es wäre was viel Schlimmeres passiert. Für Yusuf selber, für die ganze Familie, für seinen Vater Jakob und für die Menschen in Ägypten. Aber das hat sich erst später gezeigt. Yusuf war ein Kind, hat viel gelitten. Aber konnte er das ahnen während dieser Zeit? Manchmal sieht man die Dinge erst viel später. Und so war es auch mit Maryam, die wir zu Beginn erwähnt hatten. Maryam, die diese besondere Beziehung hatte zu Allah, die das schon als Kind wusste, sie ist außer Welt. Aber irgendwann, als sie die Reife erreicht, wo sie noch nicht verheiratet war, kommt ein Engel zu ihr. Und er sagte, Er sprach, ich bin ein Gesandter von deinem Herrn und er hat mich zu dir geschickt, auf das ich dir einen reinen Sohn beschere. Für Maryam? Ein Sohn? Sie sagte, Sie sagte, wie soll ich einen Sohn haben, wo mich doch kein Mann je berührt hat? Und ich bin auch keine Frau auf komischen Abwägen. Der Engel sagte zu ihr, so sagt es dein Herr, und das ist für ihn was Leichtes. Und damit er ihn zu einem Zeichen für die Menschen macht und zu einer Barmherzigkeit von uns. Und das ist eine beschlossene Sache. Es gibt nichts daran zu ändern. Maryam wird schwanger. Ohne verheiratet zu sein. Ausgerechnet sie, die aus einer bekannten, gottesfürchtigen Familie kommt. Sie hatte als erste Frau die Ehre, im Tempel zu dienen. Und sie wurde von Zechariah aufgezogen. Ausgerechnet sie, das ist nicht einfach irgendeine Frau, für jede Frau wäre das damals schlimm gewesen, aber sie war halt die gottesfürchtige Frau damals in der Gesellschaft. Und sie weiß, sie kommt irgendwann nach Hause zu ihrer Familie, in ihr Dorf, zu den anderen Menschen. Sie steht ihnen gegenüber, mit einem Kind. Und sie hat keine Erklärung. Was ist das für eine Situation? So hat sie ihn ausgetragen und zog sich dann an einen entfernten Ort zurück. Und die Wehen der Geburt trieben sie zum Stamm einer Dattelpalme. Und sie sagte, oh, wäre ich doch zuvor gestorben und ganz und gar vergessen. Das war ihr Wunsch. Wäre ich doch nur zuvor gestorben, ganz und gar vergessen. Wäre ich gar nicht erst geboren worden. Hätte ich diese Welt nie betreten. Wenn man sowas hört, was denkt man da, was in jemandem vorgeht? Man kann es ungefähr nachvollziehen, nur wenn man diese Worte liest, wie schwer das damals für Maryam war. Nur diese Vorstellung, sie muss jetzt zurück zu ihrer Familie und das irgendwie erklären. Wäre ich doch nur zuvor gestorben und ganz und gar vergessen. Aber das war in diesem Augenblick. Jetzt sind wir 2000 Jahre später. Und das, weswegen sie am liebsten gestorben wäre und ganz und gar vergessen, das ist das, wofür sie berühmt wurde und geehrt, ausgezeichnet unter den Frauen auf dieser Welt. Wie viele Frauen von vor 2000 Jahren sind überhaupt bekannt? Wie viele kennen wir? Sie ist die eine. Und alle Leute kennen sie, mehr oder weniger alle. Juden, Christen, Muslime, selbst die Menschen heutzutage, die mit dem Christentum nichts mehr zu tun haben. Jeder hat irgendwie von ihr mitbekommen. Ich sitze jetzt hier, ich halte einen Vortrag über sie, über ihre Situation. Aber wahr erwähnt sie im Koran bis zum jüngsten Tag. Und ihren Sohn benennen wir immer nach ihr. Risa Ebenu Maria. Jesus, der Sohn von Maria. Weswegen? Wegen einer Sache, von der sie sich wünschte, dass sie ganz und gar vergessen wäre. Die Dinge sind nicht immer so, wie sie scheinen. Aber Allah zeigt einem das nicht vorher. Er gewährt uns keinen Einblick in dieses Räderwerk des Verborgenen, welche Konsequenzen das später hat. Ich stelle mir manchmal Mariam heute vor, wenn sie das sehen würde. 2000 Jahre später sind irgendwo Menschen auf der Welt und sie halten einen Vortrag über sie und ihre Situation. Sie ziehen Lehren daraus. Sie lesen das aus einem Buch, das Allah bis zum jüngsten Tag bewahrt hat. Würde sie nicht lächeln, wenn sie wüsste, was am Ende daraus wird? Die Dinge sind nicht so, wie sie scheinen. Und am Ende hat Allah bessere Pläne als deine eigenen Wünsche. Dieses Video wurde möglich, weil es Geschwister gibt, die uns unterstützen. Und das kannst du auch. Like dieses Video, kommentiere es und teile es mit deinen Freunden. Und ganz wichtig, abonniere unseren Kanal. Vergiss dabei nicht die Glocke. Und für noch mehr Content werde Unterstützer der DIN Academy. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung. DIN Academy